Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tropico 5, Tropichkovic. Wir sind hier bei Mission 12, ich mach die Zeit an und wir sind dabei ein zweites Industriegebäude. Oh, Chilis! Hallo, ihr Schildkrötis! Geht ihr mal schön Eier vergraben? Na, 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 na. Ja, ähm, äh, was ich machen will, ist mal hier... Mache ich das jetzt? Ach, guck mal, was soll's, ich will das hier kennenlernen, ich will da einen Hafen hinsetzen. So, warum arbeiten hier keine Leute? Keine Ahnung. Aber wir haben ja auch noch nicht so viel Personal hier auf der Insel. Und wir müssen auch mal gucken, dass wir unser Straßennetz ein wenig modernisieren. Und ich glaube, dass auch diese Plantage hier dem Abgrund geweiht ist. die Kaffeeplantage. Ganz einfach, ja, das habe ich schon den Verbesserungen da gebaut. Ich depp. Ganz einfach deshalb, weil hier... Weil ja hier Dings hinkommen soll. Stadt! Genauso wie eigentlich die Maisplantage und die Dingsplantage da oben. Aber egal. Äh, so, wir haben 24.000, das ist ja schon mal ein bisschen was. Da können wir jetzt mal ein bisschen, ähm... Zigarren-mäßig können wir uns mal engagieren. Und zwar kommt jetzt hier die Zigarren-Dingspumps hin. Und dann bauen wir eine Tabakplantage. Und zwar am besten zwei. Äh, so richtig grün ist es ja hier nicht. Hier ist es grün. Wobei auch nicht ganz. Ja, ich glaube, wir müssen hier wohl hinbauen. So. Und so. Weil anders sieht es momentan eher schlecht aus. Zack. Okay, die Industrie hätten wir also auch. Das heißt, wir haben jetzt schon wieder Rum und Tabak haben wir schon wieder. Jetzt sind wir Rum und Zigarren. Das macht eigentlich unser Baubüro. Was bauen die denn? Was brauchen die denn so lange hier? Ach so, da oben. Die Zuckerraubplantase ist schon mal fertig. Halmdüngung. Dann machen wir mal später. Kein Geld derzeit. Kein Geld. Liebe Leute. Ja, hier kommt nur eine Straße durch. Die Farben hier kommen auch weg. Die werden woanders hin gesetzt. Da haben wir ja schon wieder Geld. Da können wir die direkt mal umsetzen. Farm. Und zwar Rind und Gedöns. Äh. Da und hier. So, jetzt haben wir einiges im Bau. Können wir uns auch gerade noch mal ein paar Häuschen kümmern. Erstmal paar Landhäuschen noch. Scheiße. Ich weiß nicht, wo hin. Äh. Komm, bauen wir hier erstmal noch welche hin. So. Presidente, wir konnten ein... Ja, ja, ja. Dankeschön. Boah, jetzt haben wir echt viel zu tun. Ich glaube, ich baue einfach auch noch eine zweite... ein zweites Baubüro. Das hat ja keinen Sinn hier. Passt das da hin. Jawohl, perfekt. Schnellbau. Und, ähm... Könnt ihr da bitte direkt arbeiten, Leute? Was verdient ihr? Na gut. Arbeiten geht's schon gut, Leute. Okay. Das läuft. Das heißt, die beiden Industriezweige haben wir. Und wir haben schon einen Invasionsfortschritt von 10... von 100. Keine Ahnung, warum. Bei uns arbeiten derzeit 5 im Militär, würde ich behaupten, oder? Oder ist das auch Militär? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mein Vater hat immer gesagt, Unwissenheit ist Glück. Ich lege es noch drauf. So, wenn man der will. So. Zweite Zuckerplantage ist fertig. Die Drum-Distillerie wird jetzt auch fertiggestellt. Sehr schön. Dann kann es losgehen mit dem Zucker. Ah, hier haben sie erkundet. Dann kann ich da gleich den Hafen verbauen. Zwölf Bürger kamen in Tropitschkubitsch an. Meine Psychologie-Bücher sagen, dass ich sie belohnen sollte, damit sie öfter solch kluge Entscheidungen treffen. Ich brauche keinen Scheiß drauf. Machen wir halt. Äh, apropos. Wir können mal gucken. Kann ich hier jemanden aufsteigen lassen? 40. Puh! Jetzt haben wir hier globale Effizienz steigt um 10%. Stimmt das eigentlich? Kann ich das irgendwie kontrollieren? Ja. Krass. Krass. Okay, warum ist hier keine Effizienz, habe ich die Arbeit. Nur zwei Leute. Wir brauchen unbedingt eine Highschool. Warte mal, ich baue ich jetzt auch direkt. Doo-do-do-do-do-do-do-do. Äh, wo isttu? Die gute Highschool hier. Leute, hier. Highschool, highschool, highschool. Kommt mal hierhin. So. Ah, ich wünsche euch jetzt das Geld aus der letzten Mission. Hey, 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 würde ich hier wüten. Gehen eigentlich irgendwann diese Drecksdinger hier weg? Kann man das mal irgendjemand sagen? Hm. Kann doch nicht für ewig jetzt da so ein Schutthaufen rumliegen. Das geht ja gar nicht. Aber man weiß es nicht. So, warte mal. Ähm. Wir haben eine Zappwerne. Tropico-Zigarren sind die gesündesten Zigarren der Welt. Klinische Tests verlegen, dass sie der Lunge, den Stimmbändern, den Nebenhöhlen und der Hypophyse zuträglich sind. Eine Tropico-Zigarre lässt ein männlicher Aussehen garantiert. Selbst wenn man eine Frau ist. Was ist hier rot? Das weiß ich jetzt nicht. Schönheit wahrscheinlich, ne? Ja, Schönheit könnte es sein. Tja, das ist halt nicht so schön, aber ich weiß es nicht auch. Ähm. Ja, wir brauchen mal ein bisschen was hier für unser Gemeinwohl. Und zwar eine Klinik. Und eine Kirche. Wäre mal nicht so schlecht. Und ein kleiner Laden. Zack, boom bang. Wir können ja, wenn wir mal gerade gucken, hier Umwelt und die Döns, können wir ja hier einfach mal so ein paar Dinger hinmachen. Dann ist es hier schon viel schöner. So. Könnten auch mal gerade ein Haus können wir schon mal bauen. So. Die Tropicana erwarten Walen für das nächste Jahr. Walen? Sie wollen ihr Respekt und ewige Treue erweisen. Sie mögen es anders formuliert haben. Aber... Wunderttausend heulende Höllen. Das kann ich ja nicht gewinnen derzeit, die Walen. Was soll ich da auch machen? Wahrscheinlich kriege ich jetzt gleich einen Rebellen an. Aber gut, wir haben fünf Türme. Die sollen mal ruhig kommen, da. Wenn sie denn da runter gehen. Scheiße. Ja, im nächsten Geld werde ich mal Türme bauen, noch mehr. Denke ich. Kann ich schon eine Kaserne bauen? Ja. Technologie-Panzer habe ich aber noch nicht. Für eine Invasion dieser Größenordnung braucht man mehr. So. Präsident, mir liegen Informationen vor, dass ein... Wir sollten jetzt davon profitieren. Jetzt nicht. Genug Sachen, um die ich mich hier kümmern muss derzeit. Scheiße, ich brauche die Hafenanlage, ich brauche Militärgebäude. Wobei die wahrscheinlich eh nicht mehr richtig fertig werden, bis der Angriff kommt. Alter, wie sich das hier staut, ne? Dreck. Mal wenigstens kriegen wir jetzt was Geld. Ich würde sagen, wir bauen jetzt als erstes mal eine Kaserne. Komm. So, die bauen wir auch bitte schnell. Ja, hier die Industrie ist jetzt auch so weit fertig gebaut. Sehr schön. Wieso arbeitet die eigentlich immer noch niemand? Und... Erlebt mich doch. Hier arbeitet er, ne? Wo es weit weg ist. Aber wo es nah ist? Nö, da wollen wir nicht hin. Ah, pein mich. Los, baut die Kaserne, ihr Knalltypen. Aber ganz schnell. 30% Beliebte. Tja. Was soll ich tun, ne? Können demnächst noch ein paar Verordnungen und so. Wo hapert es eigentlich? Es hapert wahrscheinlich überall, ja. Nahrung geht noch so. Unterhaltung ist nix. Gesundheit ist nix. Religion ist nix. Wohnraum ist nix. 94... Ach, da... Oh, ab doch. Ab doch, löse. Wo wohnen ihr? Ihr könnt doch hier wohnen. Hm. Ja gut, wir brauchen auf jeden Fall Wohnensituationen. Die muss sich verbessern. Aber jetzt muss ich erstmal die Hafenanlage bauen. Nächste. Nächste Lied ist meinem Ex Reggie gewidmet. Der mich verließ, weil er zur Armee ging. Denn dort wurde er, ich zitiere, besser behandelt. Tja. Dieser unglückliche Einkaufsbummel tut mir wirklich leid, Reggie. Hier arbeitet niemand in unserem Palast. Wenigstens wirst du nicht von einem Alligator gebissen. Welch glorreiche Erfindung, Pris... Okay. Hier arbeiten doch Leute. Was wollt ihr denn? Keine Ahnung. Ah, wir haben Geld. So, warte mal. Hafenanlage. 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 Kommt hier hin. Zack. Äh. Ähm. Wollen wir mich verarschen? Da bauen wir jetzt hier noch gerade die, 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 die Kohlemine. Wo haben wir denn überhaupt Eisen? Ach, Eisen fördern wir schon gut. Dann können wir ja das Stahlwerk doch demnächst irgendwann bauen. Autosave. Erstmal hier. Äh. Und ich will auch noch eine Straße hier rüberziehen. So. Okay, machen wir es halt so. Scheiß auf der Hund drauf. Okay, wir haben Geld, wir haben Geld, wir haben Geld. Warte mal. Bauen wir noch eine Kaserne. Zack, haben wir zwei Kasernen. Ähm. Hafenanlage. Ja, gut. Das reicht jetzt erstmal, glaube ich. Kann natürlich hier noch, kann man hier eine Hafenanlage hinbauen? Wahrscheinlich. Äh. Eisen. Hier arbeitet noch keiner. Warum arbeitet hier keiner? Keine Ahnung. Hört auf zu jammern, Leute. Mir steckte mal ein Seeigel am Fuß. Klinik. Und bin ich in eine Klinik gegangen? Nein. Und als mich dann ein liebestolles Lama angriff, als ich gerade den Seeigel entfernte und ich's vertreiben musste, bin ich da heult in die Klinik gerannt? Nein. Und als ich dann quer über die Insel fliehen musste, weil das Lama Verstärkung geholt hatte? In Stöckelschuhen? Nein. Ich bin zu meinem geheimen Rumlager und hab's leer getrunken. Das sollte jeder in Tropico machen, statt wie ein Weichei in die Klinik zu rennen. So, wir kriegen ein neues Geld. Und dann würde ich sagen, wir kümmern uns mal um ein paar Häuser. Ich glaube, ich baue jetzt doch mal so eine Mietskaserne. Ich scheiß doch drauf. So, besser als Hütten und Obdachlose. Oder etwa nicht. Dann ist das jetzt hier die Assi-Gegend. Und dann kommen da noch ein paar Häuslein hier hin. Wie sieht's aus mit der Highschool? Ja, läuft. Weil wir brauchen auf jeden Fall noch etliche Highschool-Absolventen, wie ich hier wieder sehe. Äh, so. Ja, die Kirche ist auch schon fertig, aber irgendwie sinkt unsere Beliebtheit trotzdem. Was ist denn, was ist denn los mit euch? Unterhaltung. Ja, was soll ich denn großartig bauen? Ähm, Opernhaus. Opernhaus. Zack. Vielleicht verstehe ich nicht, warum hier niemand arbeitet, ne? Aber gut. Ja, hier arbeitet auch niemand. Zumindest nicht so viele. Ich habe einfach zu wenig Leute. Der Hohrad der Illuminaten bestimmt wie üblich perlos. So, das ist total schön abgelaufen. Ähm, gut. Ich würde sagen, tja, ich kann mich gerade nicht kaufen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann versuchen wir das hier mal, dass ich ein bisschen beliebter werde. Und dann gucken wir mal. Alles klar, danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.